Es ist wieder soweit. Der erste Rohkost-Potlack des Jahres findet jetzt am 30. statt, das heißt am Samstag in zwei Wochen. Ist das richtig? Am 30. April. Genau, 30. April, am Samstag in zwei Wochen. Und weil einige von euch schon mal gefragt haben, wann ist jetzt der Potlack, wann geht es wieder los, die Saison ist offiziell eröffnet. Genau, endlich ist es wieder soweit. Wir freuen uns auch schon total drauf und wir hoffen, dass das Wetter auch ein bisschen mitspielt. Wir wollen nämlich uns wieder den ganzen Tag für euch Zeit nehmen. Also um 11 Uhr geht es los und Open End, würde ich sagen. Open End, also bis um 8 Uhr, um 9 Uhr ist durchaus möglich. Ja, genau. Und was natürlich wieder ansteht, ist eine Wildkräutersammlung. Ich habe auch schon wirklich wieder ganz, ganz viele tolle Wildkräuter auf unserer Wildkräuterwiese entdeckt. Das wird fantastisch werden. Also wenn ihr euch für Wildkräuter interessiert, dann kommt unbedingt bei unserem Potlack vorbei, bei unserem Rohvegan-Potlack. Und wir machen das wieder so, jeder bringt wieder eine Rohvegane Köstlichkeit mit. Das kann auch ganz einfach nur Obst, Gemüse, Dips sein, ein paar Nüsse, Sprossen. Aber wer gerne kreativ sein möchte, der kann natürlich auch ein bisschen in seiner Küche werkeln. Ja, wir freuen uns auch immer über ein bisschen Gourmet-Rocos. Ja, es gibt auch immer Experimente manchmal. Aber eigentlich ist es so, egal was gemacht wird und egal, auch wenn es vielleicht mal nicht ganz so geklappt hat, wird echt alles alle. Alle, alles, alle. Es wird alles. Der Hunger treibt es dann rein. Genau, die Rohköstler sind schmerzlos. Und ja, wenn ihr von weiter weg seid, gerade jetzt bei YouTube, da sind ja so viele. Also wir wissen schon, dass aus Frankfurt welche kommen. Wir wissen, dass wahrscheinlich welche aus Dresden kommen. Und eventuell, ne, aus der Ostsee diesmal nicht. Der Antje und der Ronny, die kommen ja, glaube ich, nicht. Aber sprecht euch mal ab oder sagt Bescheid, wenn ihr kommen wollt, aber vielleicht nicht alleine kommen wollt. Dann können wir für euch auf Facebook oder auf YouTube vielleicht auch Fahrgemeinschaften bilden, dass ihr herkommt. Weil es ist immer relativ, muss ich sagen, die wenigsten kommen aus Leipzig, wo das Potluck stattfindet. Also die meisten kommen immer irgendwo her. Weil das Potluck hat halt irgendwo einen ganz gewissen, ganz speziellen Reiz, finde ich. Also wir waren ja schon auf anderen Veranstaltungen oder sowas, aber naja, vielleicht ist ein Menschenschlag hier ganz besonders. Also lasst euch das nicht entgehen. Am 30. April, wir würden uns total freuen und wie gesagt, es ist ein Tag und keiner, der gekommen ist, hat jemals gesagt, dass er es irgendwie bereut oder sonst was. Sondern immer, dass es ein wunderschöner Tag ist, den er in seinem Leben nie vergessen wird. Oder? Das war eine gute Schlesstücke. Gut. Genau. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich und wenn ihr das dieses Jahr nicht mehr einrichten, also diesen Monat nicht einrichten könnt, bis Oktober hinein planen wir dann jeden Monat auch einen neuen Potluck. Und wir werden das dann auch immer über YouTube ankündigen. Du auf deinem Kanal und ich auf meinem Kanal. Genau. Na dann, bis nächsten Samstag. Oder übernächsten. Übernächsten. Genau. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.